Mahlzeit Leute hier sind wir wieder und ja wir machen jetzt mal die Hauptquiz weiter wir haben wir nicht mehr anderes das heißt wir müssen da hinten einbrechen denn mit dem ja in dem Präsidenten was es war reden mal sehen wie das wird Minister mit den Minister müssen wir reden seht ihr ja mal gucken jetzt geht es wahrscheinlich bisschen schneller keine nebenquests mehr gerade jedenfalls ich weiß jetzt nicht noch was doch kommen soll aber wir haben noch ein paar Planeten habe ich entdeckt also von daher dieses System ist auch ganz schön weit aus sich fächert wenn jedes so viel wir müssen gleich nach oben sieht eigentlich wie der Roboter aus auch normal cool wir rennen gleich noch jetzt um hier hatten wir hier schon alles ein bisschen durchsucht hey how did you get in here you you're not one of my guards what are you doing here oh my law captain captain that's the minister mr clark oh wow if this is about another aether wave clip or radio spot you may kindly fuck off as the parlance goes I'm not doing anymore Ehh, wo do I have enough to see this in the room? Slowly and loudly, Aloysius, that's the only way these morons understand anything. I said, you may tell Charles to go fuck himself. Then you're not part of Rockwell's PR team. No, I don't. A real live dissident? But what are you doing here? And how did you get in? Drugs, of course. What else? Why did I get my hopes up? Back to idiot speak. I don't have any drugs. You should try a vending machine or a purveyor of curative goods. He's got no idea what we're asking about. Will that be all then? Oh dear, I don't think I can say this any- Of course, of course. It's Rockwell again. Who else? And I thought he was only holding me here to keep me out of- Chairman Rockwell. He's kept me under house arrest for years. I've long suspected him of transacting business in my name, but this proves it. You've been all alone in this house? Would- Would you like me to make you tea? Please, this is important. Whatever it is that brought you here, Rockwell's the one behind it. Whatever Rockwell's doing, he'll be doing it from the HHC headquarters. Your best lead is to look for details in his office. This all feels off, Captain. Like when there's a storm coming, but everything's quiet and still. Believe me, things have been off around here for a very, very long time. A reckoning is most certainly due. If it's dirty, it's a job for Sam. It's filthy indeed, my mechanical friend. Rife with the worst sort of corruption. Why, this is starting to sound like an issue of Dissident Hunter. Halcyon Holdings Corporation, the collective of companies that run the colony together. Allegedly in partnership with the Earth Direct- Via the Acropolis District, of course. That's where the most important corporate and government facilities are. But only board employees are allowed into the district. There's a heavily guarded checkpoint just down the street. There might be a route through the maintenance tunnels, but- When you reach the HHC building, this ex- Wait! Rockwell has one of the only terminals capable of transmitting to the Earthbound message drone. This is our chance. Please, take this and transmit it from his office. Rockwell hasn't given me any messages from Earth for years. He's desperate to keep me out of contact with the Earth Directorate. But they need to know- What isn't on it is the real question. I've gathered meeting minutes, internal messages, sustainability reports, and more. All exposing the corruption and mismanagement plaguing Halcyon. What? Once the rest of the Earth Directorate sees it, they'll have to- But they wouldn't get here for- I don't even know. It's worth a try, but- Perhaps there is hope. And now, I entrust it to you. Good luck. I know- Why, I do all- When I'm not being conscripted to perform in the- Look on the bright side, Mr. Clark. When folks come looking for those reports one day, imagine how excited they'll be- I only hope someone comes looking before it's too late. It's some- Neither do I- Halcyon- I'm inclined, sir. Just point me towards the bus- A fine thought, but I'm afraid you underestimate how deep these problems run. And how- How delightful. What is it? The latest issue of Dissident Hunter. I've been waiting for this. Most of what passes for entertainment here is appalling. Haven't you heard? Chairman Rockwell and I- Aside from battalions of UDL security forces- Most of Halcyon knows my name and face. So I- Besides, remaining cl- Except for the bit about my suddenly- Probably because I- When he saw I meant to- It's quite alright. Are you telling me you have- The board's most- I'm gonna be- I'm gonna be- I'm gonna be- Hey, you! Hey soldier! Oh. Let's not- Got your paperwork spread away? Yeah. So, das haben wir erledigt. Wir haben jetzt mit ihm geredet. Ganz cool. War jetzt nicht so... Der Hit, sagen wir mal so. Hat viel gelabert. Hat mich gleich zum nächsten geschickt. Cool. Mach ich nächstes Mal auch so. Wenn der Nein kommt. Oh, ja. Hier. Ich will was verdienen. Ja, pass auf. Der andere hat sich... Das war ich nicht, ne? Das ist Verschwörung hier. Du glaubst mir bestimmt schon. Und, ja. Wird schon so passen. Hoffen wir, hoffen wir. Also auf ins... Reichenviertel... Wollen wir schon mal glaub ich fahren. Mal gucken wo's ihm geht. Wenn's Läden laden wird. Läden. Läden wird. Aber es lädet nicht. Krippe runter. Krippe hoch. Hätte vorne rausgehen können fällt mir gerade ein. Ich müsste nach... da hinten, achso. Dann gehen wir hier hoch, da rüber. Da ist hier schon die Kalien... ...oh drinnen, gewählten, wir sind immer noch glücklich. Hier können wir einfach so rein, weil wir halt einfach so sind. Das sind halt cool. Wir reden ja alle nicht mit uns. Da brauche ich einen Schlüssel für. Auf ins größte Gebäude, was es hier gibt, naja. HHC-Gebäude. Na, dass das ein Ladenbildschirm hat, das verstehe ich, glaube ich, häufig noch. Hoffe ich noch. Und ich will diesen Puls-Ding einfach mal so... Ja. Es gibt da halt einfach mal... Zwei Schalter und viel Spaß. Und es lädt schon wieder... Oh, 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 oh. Viele Leute. Viele Leute. Viel Raum. Wir gucken uns erstmal um. Wir gucken uns erstmal um. Einmal sprechen wir hier, Leute. Ihn wollt ihr jetzt nicht ansprechen, noch nicht. Wir gucken uns erstmal hier einmal rundherum um, und dann werden wir weitere sehen. Was ist das? Will ich's haben? Ich will das haben. So, was ist das, wenn die MSI-Suits mit dem Monarch das ganze Zeit? Ich kann das. Easy. Ich... Ich... Ich will das. Willkommen zu der Einladung des Halcyon Holdings Corporation. Heute ist das von Anti-Clio, einem von Kohlwein Pharmaceuticals, einem Kohlwein Pharmaceuticals. Wenn du einen Appellation möchtest, bitte eine Appellation Form. Ich würde gerne eine Appellation Form. Du hörst das? Nothin exciting ever happens around here. State your business. Please step away. This entry is for high-prev- Yeah. And I need a new flavor of Tyleritos. Chairman Rockwell's away on business. And even if you were- How should I know? If you're not clear to know, then I'm def- Huh. I didn't realize we were still using those iridescent stickers. But this looks right. I'll just need you to register your weapons with a revised request to carry 32B form. Each weapon will need a separate form. Well, let's see. Dammit. When did I run out of forms? Well, how nice for you. Do you have any idea how long it takes to request new forms? Or how many citations I'll get for impeding HHC business in the meantime? Yeah, no, I don't know. There are a bunch of guards upstairs, and they're all high on dervish mist and low on patience. So try anything funny, and they'll paint the walls with your guts. You're cleared. Gone through. Okay, I'm good. Nothing exciting ever happens around here. Hi. Hi. You hear about that dissident work? Hi. Oh, no, no, no. I have only 194 shots. Oh, my God. One formula for every weapon. Well. Well, we'll take a look at that. What have we here? I can't hit it. We have to see that. You're going to see that. You're going to see that. So, that outfit looks splendid on you. Personal assistant to Adjutant Akande and Ch- Ah. Oh. You were being s- Will there be anything else- Move along. 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 I beg your pardon. Minister Clark's former office is currently closed to solicitors. I suppose that is... Admissable. Ähm. 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 Architektur bestaunt. Wer glaubt denn so'n Scheiß? Kommst du jetzt hier rein? Und mach das Brenn hinter dir zu, Jörg. Meine Fresse. Arme. Ja. Da steht da. Hier ist der Zeug beseitig. W-äh. Ha. Rest auf Wand wegkreisen, dürfen wenn troon ist. Kommst du vor, Chimais. Wat willst du denn? Wir nehmen erstmal alles mit hier. Ich weiß nicht, ob wir noch mal da reinkommen wollen. Eine Person bekommt all diese Raum, nur um die Schriftung für uns alle Tage zu signieren. nur die architektur bestaunt wer glaubt denn sowas meine das ist hier der big boss weißt du und ich möchte immer die architektur ach ja klar ja so was haben wir denn hier alle sieglerotterfälle alle sieglerotterfälle oh mein Gott Es ist eine große Herausforderung. Wie alle wissen, unsere Kolonie ist erfolgreich. Beide uns am liebsten. Aber wir haben es vorhin herausgefunden, dass unsere alimentation nicht zu unterstützen Halcyon. Alle werden sterben. Alle werden langsam zu leben. Von malnutrition. Aber wir machen es zusammen. Und das ist das wichtig. Ich versuche, wenn jemand mir etwas zu erzählen, dass wir die Massen wiederholen werden, alle von euch finden, dass ihr sich violently unentwickelt habt. Okay. Aber ich kann Ihnen sagen, dass es nichts zu gefährden ist. Wir haben eine Lösung. Es nennt sich der Liefetime Programme. Wir beschädigen die meisten der Kolonie um zu behaupten, während die Besten und Besten von Byzantien weiterentwickeln. Look, du Idiot! Wie viele Mal muss ich dir sagen, dass wir nicht so sagen können? Wer das geschrieben hat? Ich weiß nicht. Während Halcyons blödsinn das Problem unserer nutrisionalen Schmerzen wird der Rest der Kolonie in die gesperrten Animation gelegt werden. Die Individuen werden auf der rotatenden Basis auf der rotatenden Basis damit jeder Halcyon kann Teil der wichtigsten Arbeit der unsere Kolonie zu retten. Bei den Papierkrankungen testen. Entschuldigung. Ich kann nicht resistieren. Los geht es wieder. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Wenn wir diese Krise lösen, werden wir alle wieder zusammenarbeiten, für den guten Halcyon arbeiten. bis dahin, wird das Board für die gesperrte, wie es immer hat. Also, behebe deine Supervisoren, lege deine Vitamins, folge deine corporatisch mandatierte Rituals, und behaupten, dass das Board auf deiner Seite nichts zu beschäftigen. Aha. Komplikum ist entsetzt. Ok, wir haben jetzt irgendwas gemacht. abgeschlossen. Ok, wir haben das abgeschlossen. Wir haben jetzt auch was verpockt eigentlich. Ne, ne? Ich würde das gerne hacken, ne? Oh, ne. Nicht schon wieder. Cool, und jetzt? Lass erfahren, dass es im Mittelsystem im Horror befindet. Schön. Und, was soll ich jetzt machen? müssen wir ganz nach unten kennenlernen. Ehrlich verschlossen, ja. Er hat doch gerade irgendwas gedruckt. Gehe ich hier irgendwo mit rein? Nein. Wir haben jetzt gleich eine Trophäe. Und natürlich. Abgeschlossen. Und, ja. Erstmal gucken wir, wo es hingeht. Jetzt so. Nicht, dass wir wieder da einbrechen müssen. Das wäre natürlich... Aber natürlich gleich Ruf des Vorstands gesenkt. Das ist natürlich. Also, sehr gut. Aber dann bringen die uns gleich um. In so einen Söhnen. Aber, naja. Wollte ich auch mal gucken, wie mein Ruf so ist. Weil, naja. Ich würde jetzt hier nicht unbedingt hierher kommen. Und, dass mich hier alle abknallen würden. Eredo wegen Missionen und so, ne. Und, ja. 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 Ich sollte vielleicht durchlesen, was man da macht. So. Wo ist mein Ruf? Und nur ruhig. Da rein muss ich. Okay Leute. Somit haben wir erstmal das große Gebäude abgeschlossen. Hier rein geht es gleich im nächsten Video. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.